Nach der Explosion einer Gaspipeline waren am Montag weite Teile Syriens ohne Strom. Als Ursache vermute man einen Anschlag, teilte das Energieministerium in Damaskus mit. Experten versuchten die Flammen zu löschen und den Schaden zu reparieren. 2013 hatte eine durch Kampfhandlungen im Bürgerkrieg zerstörte Pipeline in ganz Syrien zu Stromausfällen geführt. Die jetzt betroffene Pipeline ist Teil der sogenannten Arabischen Gaspipeline, ein Versorgungssystem, das sich von Ägypten bis nach Syrien und Jordanien erstreckt.